Jo Leute, zweiter Teil im verlassenen Schwimmbad. Diesmal gehen wir diese Treppe hier am Eingang hoch, den ihr schon kennt. Sicherlich diese Treppe. Mal schauen, wo die hinführt. Alter, was geht hier ab, Leute? Alter, hier ein Zigarettenautomat aufgesprengt, Leute. Oh, Alter, was? Bier, diese Bier, wie nennt man die? Um Bier draufzustellen, Leute. Alter, guckt euch das an, wie viele. Was? Ein Bier? Bitte, ach so. Leute, die Bierbar. Alter, ich glaub's nicht. Ein verlassenes Freibad, wie geil. Oh, wo? Da waren wir vorhin, Leute, dort unten. Was ist hier? Aufzug. Die sitzen wieder in Schuhe. Tika. Eine Küche. Was ist hier? Das ist doch eine große Küche. Mega kleine, Leute. Was ist hier? Ich krieg's nur einen Stromschlag, Alter. Hör auf. Was ist hier, Leute? Hier, die Herrentoilette. Was? Ging das da? Was da? Die haben einen Klo voll geschissen. Labern nicht. Geh gucken. Leute, guckt euch das an. Ein voll geschissenes Klo. Ach du Scheiße. Was sind die voll geschissen? Das Klo. Das steht zu mir, Alter. Weiter geht's, Leute. Jetzt schauen wir uns mal unten, würde ich sagen. Lass mal wieder zum Eingang gehen und noch einmal runtergehen. Dann waren wir eh überall. Eine Treppe führt noch nach unten. Alter, geil. Mach mal einer Licht. Ah, nee, ich hab mein Handy. Warte. Moment, Leute. Holen wir das Handy raus, um nichts zu machen? Boah, Leute. Jetzt sieht man fast gar nichts. Jetzt sind wir nicht aufs Bettversuch wollen, weil wir noch alle gleich schon ganze... Also fast dahinter gehen. Digger, was ist das, Leute? Das ist hier der Betriebsraum, oder was? Ja, klar. Hier sieht man wie so ein Betriebsraum, wie schön man da aussieht, ey. Leute, guckt euch das an. Geil, hilft du mal. Der Betriebsraum, Freunde. Oh, hier ist die Heizung. Ich weiß, was kann man auch nicht was machen. Alter, was ist das? Das hat man aufgespielt. Ich weiß, was muss ich bauen. Ich ja. Ich ja. Ich ja. Bestimmt so ein übel giftige Gase hier in der Luft, Alter. Was ist das? Weißt du? Der ganze Verteiler ist auseinandergesetzt, Alter. Ach du Scheiße, Leute. Guckt euch das an. Wir sind unter dem Schwimmbad. Hier ist dieses Becken. Wir sind da drunter. Guckt euch das an. Leute. Leute. Das ist ja nicht ein ordentlicher Schaltschrank, Alter. Lass es mal drunter gehen. Boah, Alter, Alter. Was? Ich hoffe, man erkennt es, Leute. Das ist nicht so gut, Leute, weil jetzt ist es stockdunkel. Das ist echt schön, was da drüben ist. Man sieht einfach gar nichts. Guckt euch das an. Hier ist ein Kanister. Alter, Leute. Ein Stuhl? Guckt euch das an. Ach du Scheiße. Leute. Überall Schalter und was weiß ich alles. Alter. Was geht ab? Was ist das? Leichtentuch übertreibt. Wo sind wir? Wo wir eben runtergehen wollten. Leute. Hier sind wir draußen. Ey, was, wenn wir da hinten reingehen? Das ist auch noch irgendwas. Leute, guckt euch das an. Ein verlassenes Schwimmbad so geil. Lasst deinen Daumen oben da, wenn es euch gefällt. Also, falls jemand kalt hat. Jungs, hier liegt eine Walldecke. Ey, aber Jungs, hier geht es weiter. Hier wollen wir nicht. Da geht noch wieder Zeit. Dann macht man mal die Füße. Warum ein bisschen Licht? Alter, was ist hier, Leute? Was ist das dort? Komm, wie gerne seit Umkleiderräumen. Ah, das Ventilator. Okay. Du kannst hier einen kleinen Maschinenraum. Ich werde guck dir den nirgends nach Stuttgart. Hier waren wir noch gar nicht. Ach du, weil. Alter. Scheiße. Was ist denn das da? Ich weiß. Wie ist denn was vertraut von der Dynamik? Digga, eine Schule. Bistro. Bistro. Hallo, einmal Pommes, bitte. Nee, von hier sind wir gekommen, der heißt. Was ist hier? Wir waren ja, du, da waren wir. Wir konnten den Scheiß nicht hier jetzt zurückschauen. Alter, ich kann mich hochklettern, ne? Wo? Alter, hinten. Könnte man hochklettern. Guck mal, hier. Hallo. Was ist oben? Leute, schaut euch das an. Lass uns mal hochgehen. Geh doch mal hoch. Was ist denn da? Und jetzt geht es da weiter. Nee, das ist nur ein Raum. Digga, ein Telefon. Da geht das mit Weinen. Alter. Schiff, wie über so Horrorfilme spricht einer da? Ja. Wie ein Telefon auf einer. Ja, komm, dann gehen wir auf deine Seite wieder raus. Aber richtig, ich glaube, es war draußen, wenn er da ist. Ich glaube, da kommt man. Draußen? Doch, da kommt man. Der einer hat doch die Bilder da gemacht. Ja, das ist nicht, aber es ist von Haar. Haben die Tiki durch? Ja. Ach, jetzt sind wir hier unten. Oh, da waren wir doch schon eben. Nein. Ja, gut, ich bin hier nicht mit. Guck, was ist hier, Alter? Das ist meine Kamera. Da ist sie. 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 Alter. Das ist nur ein normaler Leiter. Du hast ja gerade gesagt, der hat die Tür zu. Alter, wir gucken, allzu viel Horrorfilme, ich schwöre. Wenn ich die Tür runter zulassen, macht zu. Jungs, ich hab keinen Film. Was ist das denn? Ich hab keine Sachen, aber ich seh die von meiner Fresse. Was ist das denn? Zombies, Leute. Warte, lass mal gucken. Komm, es stimmt irgendwie noch raus. Ihr schon? Was ist das? Leute, hier sind noch mehr Räume. Alter. Was? Leute, ich schwör es wie in einem Horrorfilm. Guckt euch das an. Einfach eine Lege, Mann. Hier ist noch eine. Leute. Krass. Hier ist alles voll mit ihm. Oh Leute. Wie krank eine Waage. Wie krank. Wie krank. Digga. Wie geil, ich schwör es euch Leute. Was gibt's hier? Das ist schon älter. Was ist da hinten? Becken, ne? Später Stürzung irgendwann in. Oh Leute. Wie geil da läuft. Wie geil da läuft. Wie in einem Horrorfilm. Ohne Spaß. Komm, lass mal da hinten lang gehen. Da ist noch ein Becken. Da ist noch irgend so ein Becken oder so. Mann, der hat uns Zigaretten gesehen. Wir waren hier im Becken. Wir sind nicht äh... Wir wissen das hier. Alter. Sie waren nur umgekehrt. Deswegen sind die hoch. Ich hab doch gesagt im Becken. Alter, wir haben eben in dem Raum. Wir haben da einen Zettel schon wo Therapie drauf stand. Also hier ist noch so Therapieräume und so. Ja. Ja. So. 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 Leute das war's mit Teil Zwei. Vielen Dank.